Ein Archipel ist eine Region, die aus einer Inselgruppe und den Gewässern zwischen den Inseln besteht. Im Seerecht haben auf Archipele begrenzte Staaten die besondere Möglichkeit, ihre Souveränität auf die gesamten Gewässer zwischen jenen ihrer Inseln auszudehnen, die nicht weiter als rund 100 Seemeilen auseinander liegen. Ihre Souveränität erstreckt sich dann auf die Inseln und die Archipelgewässer. Der Archipelstaat mit den meisten Inseln, 17.508, ist Indonesien. Etymologie Der Begriff stammt von dem griechischen Aruchi Iota Pi Epsilon Lambda Alpha Gamma Omikron Sigma und setzt sich zusammen aus den Teilen Archi und Pelagos. Im Italienischen wurde Archi Pelago hierin offenbar einer antiken Tradition folgend, als Eigenname zunächst synonym für das Ägäische Meer verwendet. Punkt Später verschob sich die Bedeutung von Archipelago zu den Inseln, die in der Ägäis sehr zahlreich sind. Und in der weiteren Entwicklung wurde der Eigenname schließlich mit der Bedeutung Inselmeer oder Inselgruppe in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen. Das italienische Präfix A-R-C-I-A bzw. Archie wurde über das Lateinische aus dem griechischen Archie entlehnt. Lateinisch Pelagos aus Griechisch Pelagos Pi Epsilon Lambda Alpha Gamma Omikron Sigma bedeutet mehr. Im 13. bis 16. Jahrhundert waren die Kykladen vor Athen ein Herzogtum italienischer Fürsten, das Herzogtum Archipelagos. Danke für die Gl 트�ack! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.